Heute sind wir auf dem Freistehplatz Übernachtungsplatz Bosigas, Südfrankreich. Hallo und Willkommen. Ich bin Freisteh-Heidi. Bosigas liegt zwischen Beziers und Montpellier. Es ist ein einfacher Schotterplatz ohne Ver- und ohne Entsorgung und liegt zwischen der Hauptstraße und dem Ort. Auch von Spannungen im in Keinnden. Begangeilen wir hierher an. Krisen, die Köln-Maschleer sind um überrekt. Aus der Köln-Maschleer. Beschwingungen im Ohne und die Köln-Maschleer. Schauen Sie einายatmer. Ver- und die Köln-Maschleer. Gratilia. Ver- und die Köln-Maschleer ist unter den Köln-Maschleer. Ver- und die Köln-Maschleer sind. Um das Fremschleer. Ver- und die Köln-Maschleer er sich nach Ön-Maschleer am Aufschleer zu beheben. Ein gut ausgebauter und beliebter Radweg direkt neben der Straße. Es gibt hier Austernzucht und der frische Fang kann man direkt vor Ort kaufen. Nur wenige hundert Meter weiter sind es bis in den Ort. Hier direkt am Strand gibt es einige Gaststätten mit toller Aussicht. Auch gibt es einen kleinen Hafen. Die Innenstadt hat ein paar Geschäfte. Es wirkt aber sehr verschlafen. In der Nähe vom Hafen findet auch der Markt statt. Der Kirchturm Die Anfahrt über die Autobahn ist ganz einfach. Ausfahrt Nummer 33 nehmen. Nach dem Bezahlen rechts halten. Jetzt rechts fahren. Der Kirchturm Der Kirchturm Jetzt nur noch geradeaus fährt ca. 8 bis 9 km. Zum Übernachten fand ich den Platz angenehm. Und im Ort konnte man sich auch abends nochmal die Füße vertreten. Der Kirchturm Der Kirchturm Der Kirchturm Der Kirchturm Am zweiten Kreisfächer links. Hier sieht man schon die Wohnmobiler stecken. Jetzt links abbiegen. Bitte in 100 Metern links abbiegen. Danke für den Besuch. Ich hoffe es hat gefallen. Adios. Goodbye. Gude. 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 Gude.